Du hast im vorigen Video gesehen, dass man mit einer in Linearfaktoren aufgespaltenen Gleichung relativ leicht die Lösungen sieht. Also man sieht hier, die Lösungen sind 5, minus 1, plus 2 und plus 3. Also genau dieselben Lösungen, die mir auch GeoGebra ausgibt, wenn ich das im CAS-Teil rechne. Ich möchte jetzt noch einen Zusammenhang herstellen zu Funktionen. Ich gebe mal folgende Funktionen, f von x ist gleich, übrigens im CAS-Teil nimmt man besser Doppelpunkt ist gleich. Doppelpunkt ist gleich ist so eine Art Definition, also ich definiere eine Funktion f von x und die nehme ich jetzt gleich so. Übernehme ich gleich direkt mit einem Mausklick. Also f von x ist gleich und hier ein Polynom vierten Grade, so nennt man das. Es wird immer nach dem stärksten Häuptling benannt oder nach dem Exponenten des stärksten Häuptlings. Und ich übernehme diese Eingabe mal. Das Häkchen macht ja nichts anderes außer nur meine Eingabe speichern. Und du siehst sofort, ja da entsteht jetzt eine Kurve. Und wie würde ich jetzt die Lösungen von meiner zugehörigen Gleichung sehen? Die Lösungen waren ja Minus 1, 2, 3 und 5. Naja, schau dir das mal an. Minus 1, 2, 3, 5. Das sind genau die Nullstellen der Funktion. Ist ja auch klar, denn wir haben ja die Gleichung Polynom ist gleich Null gelöst. Also die Stellen gesucht, wo der y-Wert Null ist. Anders ausgedrückt, die Lösungen eines Polynoms vierten Grades entsprechen genau den Nullstellen einer Polynomfunktion vierten Grades. Also wenn ich mir die Nullstellen einer Funktion ausrechne, mache ich ja nichts anderes, als so eine Gleichung zu lösen. Ja, und da kommt dann das eben raus. Das war es eigentlich auch schon. Eine ganz klitzeklitzekleine Randbemerkung noch. Schau dir mal diesen Dreißiger an. Das Vorzeichen beachte ich mal nicht. Schau dir mal an, wie der Dreißiger entstanden ist. Ich habe ja oben die Klammern ausmultipliziert. Und die einzige Möglichkeit, dass ich hier in einen Ausdruck ohne x bekomme, ist, diese Zahlen zu multiplizieren. Ich lasse wieder die Vorzeichen weg. 5 mal 1 mal 2 mal 3. Und das ergibt 30. Und dieser 5er, 1er, 2er und 3er waren jetzt abgesehen vom Vorzeichen. Das waren ja meine Lösungen der Gleichung. Und das bedeutet jetzt wieder, ganz interessante Tatsache, die Lösungen oder die möglichen Lösungen, sage ich jetzt mal, dieser Gleichung stecken immer hier in diesem konstanten Glied drinnen, und zwar als Teiler des konstanten Glieds. 5 ist ein Teiler von 30, 1 auch, 2 auch und 3 auch. Bedeutet zum Beispiel, wenn ich die Lösungen durch Ausprobieren suchen will, also angenommen, ich habe jetzt mal keinen Computer und probiere wie wild herum, wo denn eine wahre Aussage rauskommt, brauche ich zum Beispiel 7 gar nicht probieren. Weil 30 durch 7 geht sich sozusagen ohne Kommazahl und ohne Rest gar nicht aus. Ich brauche auch 4 nicht probieren, weil 30 durch 4, 4 ist genauso wenig ein Teiler von 30. Also wenn ich einfach jetzt wild herumprobiere, wo denn die Lösungen so einer Gleichung sind, dann brauche ich von vornherein nur die Teiler von diesem konstanten Glied untersuchen, und zwar immer Plus und Minus, weil ich ja nicht weiß, wie sich die Plus und Minus hier verteilen, damit dann dieses Vorzeichen Minus hier entsteht. Also ich muss Plus Minus 1 probieren, Plus Minus 2, Plus Minus 3, ist bei 30 etwas mühsam, aber wenn hier zum Beispiel eine kleinere Zahl steht, könnte ich schon mit relativ wenigen Schritten zum Erfolg kommen.